Moin und Willkommen zu Sondesüchtig. Heute ist wieder Freitag, der erste Freitag im November, das heißt, heute ist wieder Verlosungsfreitag. Verlosungsfreitag, genau, genau. Heute hauen Nuggets 24 und Sondesüchtig wieder richtig tolle Preise für euch da draußen raus, aber ich muss euch leider sagen, dieser Verlosungsfreitag ist der allerletzte, den wir so machen. Das heißt, der Verlosungsfreitag stirbt aus und ich möchte diesen Verlosungsfreitag wirklich dafür nutzen, mich bei einer ganz bestimmten Menschenmenge zu bedanken und zwar diejenigen, die mir bis jetzt auf Twitch gefolgt sind, denn wie viele von euch mitbekommen haben, habe ich YouTube durch Twitch erweitert. Das heißt natürlich, YouTube bleibt weiterhin erhalten, kriegt dieselbe Aufmerksamkeit und Liebe wie bisher, aber ich habe noch eine Komponente dazu gezogen, das ist Twitch. Das heißt, auf Twitch könnt ihr mir zusehen, wie ich live die Videos bearbeite, wie ich live die Thumbnails mache. Das ist auch gut für die Filmemacher unter euch, so seht ihr, wie ich arbeite, wie werden Tonsprungen drunter gelegt, wie werden Bilder bearbeitet, welche Größen und so weiter und vor allem könnt ihr live eure Fragen stellen, kriegt also wesentlich schneller Antworten und ja, für die Zocker unter euch, ihr könnt mir natürlich beim Zocken zuschauen, mit mir zusammen zocken und einfach ein paar schöne Stunden dann abends verbringen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass dieses Angebot besser ankommt bei euch, aber viele sind ja dann immer gleich so und sagen, ah nee und bleib auf YouTube, natürlich bleibe ich auf YouTube, aber wie gesagt, neue Komponente, ein bisschen moderner, war was komplett anderes, nicht immer derselbe Alltagstrott und ja, also wie gesagt, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, die, die den Sprung geschafft haben, die gesagt haben, Mensch, der Sonnensüchtig macht etwas Neues, macht etwas Modernes, ich schaue mir das Ganze einfach mal an, guckt mir das mal an, es kostet mich nichts, es tut mir nicht weh und ja, vielleicht gefällt es mir sogar. Also diese Verlosung ist für euch. Wir haben uns gedacht, wir schnüren euch ein kleines Erdlochpaket, das heißt, heute gibt es Sachen zu gewinnen, die euch in die Erde bringen und die ihr in der Erde benutzen könnt, aber nicht unter der Erde. Also, ihr wisst, was ich meine. Also, legen wir los. Der erste Preis ist ein Garry ProPointer AT, die Möhre, mein Standard-Pinpointer. Ich benutze ihn jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren, bin sehr zufrieden damit und ja, das ist der erste Preis, ein ProPointer AT. Der zweite Preis bringt euch in die Erde und andere vielleicht darunter und ja, das ist mein selbstentworfener, sondersüchtig, Brutus Maximus Spaten. Den gibt es nur Original bei Nuggets24 und nicht irgendwelche billigen Kopien, die gerade durchs Internet geistern, wo sich Leute denken, oh, ich baue mir den Aho, verkaufe den Original nur bei Nuggets24 und mir. Und ja, selbstentworfen, Edelstahl, drei Millimeter und ein ordentlicher Meinungsverstärker. Der dritte Preis ist für euch ein Grabungswerkzeug der Firma Garrett, ein Garrett Edge-Digger. Das war auch das Messer, was ich vorher benutzt habe. Ich kenne einige, die das Teil benutzen und sehr zufrieden sind und ja, das geht an euch raus. Die Frage ist jetzt natürlich, wie kommt ihr an die Preise ran? Und normalerweise stelle ich immer Bedingungen. Das heißt zum Beispiel Kanal abonnieren, schickt mir Bilder oder kommentiert hier drunter. Das könnt ihr natürlich machen. Also ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren, ihr könnt hier drunter kommentieren und mir einen Daumen hoch da lassen, wenn euch das Ganze gefällt. Aber für diese Verlosung gibt es keine Bedingung, denn wie gesagt, ich möchte mich bei den Leuten bedanken, die mir auf Twitch folgen. Für euch ist diese Verlosung nächste Woche Sonntag los ich aus unter allen, die Sonntagabend live dort sind. Das heißt, da fällt er selber Sonntag auf YouTube aus und findet auf Twitch statt. Sonst läuft er wie gewohnt auf YouTube weiter. Aber wie gesagt, diese Verlosung findet definitiv auf Twitch statt. Unter allen live Anwesenden wird live gezogen. Diese drei Preise gehen dann an drei von euch raus. Einfach dafür, dass ihr offen für Neues seid und offen für Neues trifft es. Ich möchte mich auch nochmal bei Jürgen bedanken, der auch Twitch eine Chance gegeben hat und sagt, Mensch Junge, komm, wir versuchen das einfach. Wir gucken, was dabei rumkommt. Ist was Neues, was Innovatives. Denn ja, Einheitsbrei gibt es genug. Und ja, ihr wisst, wir stehen für Bewegung und Kreativsein. Also, ich hoffe, euch macht das Ganze trotzdem Spaß. Ihr habt natürlich noch die Chance, mir auf Twitch zu folgen. Bis nächste Woche Sonntag und euch das Ganze anzuschauen. Und ja, in diesem Sinne vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ganz lieben Dank nochmal an euch, dass ihr das Ganze mitmacht. Wir sehen uns die Tage live im Sabbelsonntag, live auf YouTube, live auf Twitch, wo immer ihr möchtet. Und in diesem Sinne, immer sonnensüchtig bleiben, raus in die Welt und allzeit gut los. Und ja, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.